Sicherlich gibt es nicht Wichtigeres und weniger Unterschätztes auf einer Startseite als ein wirklich richtig gutes Hauptbild. Der Nutzer entscheidet hier innerhalb von wirklich wenigen Sekunden, ob er auf einer Seite bleibt oder doch zur Konkurrenz wechselt. Neben einem professionellen Erscheinungsbild spielt hier die Hero-Sektion eine wirklich besondere Rolle. Hier meine fünf Leitfragen für die richtige Wahl eines Bildes. Keyword-Relevanz. Veranschaulicht das Bild, das angestrebte Keyword in deinem Anzeigen und schärft es damit auch die Orientierung für den Nutzer. Nummer zwei, Klarheit. Hilft das vorgestellte Bild, den Zweck der Seite, aber auch das Angebot zu identifizieren. Nummer drei, Designunterstützung. Unterstützt und verbessert das Bild den nahtlosen Fluss des Seitendesigns, der zum Beispiel zum TTA führt oder gibt es einen subtilen Hinweis, der in die Richtung des Button zeigt, zum Beispiel durch Blickverlauf oder auch Linien oder Schattierungen. Nummer vier, Glaubwürdigkeit. Repräsentiert das vorgestellte Bild oder der Slider die Organisation und das Angebot auf authentische und wirklich glaubwürdige Weise. Und der letzte Tipp, Mehrwert. Bietet dein Bild einen Mehrwert, indem es zum Beispiel Details oder Kontext zeigt, um die Relevanz zu erhöhen, Vorteile aufzuzeigen und Fragen zu beantworten. Und als Geheimtipp, schau dir unsere anderen Videos an.